Guten Morgen aus Agrigento. Ich habe drei Informationen. Erstens, seit Ostern hat es hier nicht mehr geregnet. Da ist es auch so extrem trocken. Zweimal in der Woche wird das Wasser aufgemacht, dann füllen alle ihre Tanks voll. Zweite Information, heute fahren wir wieder hinaus aufs Meer, das man jetzt auch schön hinter mir sieht. Agrigento liegt also auf einem Hügel, deswegen auch der wunderschöne Ausblick. Vielleicht sieht man es auch im Video, sieht man auch das Tal, der Tempel. Wir fahren nach Schaka, was in die Richtung etwa 70 Kilometer ist. Und dritte IT-Information, iOS 11.4.1 macht einen sehr guten Eindruck. Ich habe auf meinem iPhone SE deutlich bessere Akkulaufzeit in den letzten zwei, drei Tagen. Also scheint ein gutes Update zu sein.